Vanessa Hudgens ist bekannt für ihren trainierten Körper. Jetzt haben wir ihr Fitnessgeheimnis. Aber man muss hart arbeiten, um solche Resultate zu erzielen. Warum machen Stella Hudgens und ich nur Hot-Yoga, wenn es draußen 500 Grad sind? Ich weiß es nicht, scherzte Vanessa, als sie dieses Bild postete. Der Jungstar sieht umwerfend aus in ihrem Selbstportrait aus dem Fitnessstudio. Ihr Zebra-Outfit betont ihre trainierten Bauchmuskeln. Sieht ganz danach aus, als ob sie echt hart trainiert. Hot-Yoga ist ziemlich anstrengend. Aber es ist ganz klar, dass Vanessa alles gibt, um ihre Figur zu behalten. Wir sahen sie später beim Shoppen mit Freunden. Sie trug einen Crop-Top, um ihren Bauch zu betonen, und eine lockersitzende Hose. Ihr Bohemian-Style ist, worin sie sich am wohlsten fühlt, und diese Bauchmuskeln zeigen zu wollen, erfordert keine lange Überlegung. Also, wenn du wie Vanessa aussehen willst, sei bereit, hart dafür zu arbeiten.